Fragt eine Kerze die andere, ist Wasser eigentlich gefährlich? Sagt die andere, kannst von ausgehen. Wie viel Prozent der Menschen übertreiben gern? 129. Was ist süß und kann singen? Stevia Naidu. Wie nennt man ein Boot ohne Leine? Boot. Was ist ein Boot? Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Weil sie Insekten sind. Ja, der ist bekannt, der ist bekannt. Wo wohnen die meisten Katzen? Im Mietshaus. Türsteher auf Schwedisch. Erlasse Rheinströme. Kommt ein Einarmiger in ein Second-Hand-Geschäft? Der war sehr kurz. Was ist gelb und flattert im Wind? Ich habe keine Ahnung. Eine Fanane. Verloren. Wie stirbt ein Pfannkuchenbäcker? Wie stirbt er? Er krepiert. Der ist lustig. Der ist schon lustig. Was ist grün und schaut durchs Schlüsselloch? Den hatten wir schon. Den Spionat? Nee, den hatten wir noch nicht. Wie nennt man ein Kaninchen im Fitnessstudio? Pumpernickel. Wenn es lustig ist, muss ich lachen. Ein Vampir in der Polizeikontrolle. Der Polizist, haben sie etwas getrunken und der Vampir sagt, ja, zwei Radler. Der ist gut. Was steht am Straßenrand und friert? Aber ich weiß, ich wusste das nicht. Der Frostituierte. Wohin geht Pinocchio, wenn er krank ist? Wohin geht Pinocchio denn? Zum Holz. Holznast. No one lost. No one lost.